. Wuhuuuuu! Was weckt ihr denn so? Wir haben's eigentlich, wir haben ein großes Problem. Ich möchte was mein Großteil. Hakuna Hatta. Wir sind Herr Dorte. Wir sind ein euer Problem. Hakuna Matata, diesen Schluck sag ich gern. Hakuna Matata, geht stets als modern. Seid sie Sorgen, bleiben wir immer fern. Deiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Tja, aber wir haben ein so großes Problem, das hilft uns gar nicht weiter. Wir müssen den Gekas-Degi-Jugend retten. Da müssen wir nicht so gut verliehen. Scheiße, meine Frau, guck mal, wurscht ihr euch? Ja, aber wollt ihr uns nicht helfen? Ja, aber wollt ihr uns nicht helfen? Ja, aber ich würde euch nicht helfen, aber ich würde euch nicht helfen. Aber, aber ich könnte euch nicht jedenfalls verraten, wie das heute rauskommt. Vor allem was da. Na klar, also seht doch nicht aufwärts, dann kommen wir jetzt ins Strand. Hey, hey, Vicky, die Vicky-Girl. Das sind doch wirklich irgendwie halbster und drei. Entschuldigung. Ja, äh, wenn ihr uns nicht helfen, das wieder Eklum zurückzuholen. Na klar, so ist es. So wird es krank. Na klar, helfen wir euch. Aber zuerst, lasst uns verrächtig. Feiern!